Guten Morgen, liebe Schüler! Guten Morgen! Hallo, ich bin Jan. Ja, ich bin Fred. Hast du Bock mit mir abzuhängen? Ich weiß nicht. Komm schon, es lohnt sich für dich. Aber ich muss noch ein bisschen lernen. Gut, dann um drei. Cool. Da seid ihr ja. Hey, guck mal. Wo? Ich hab den Krankenwagen gerufen. Hörst du mich? Hast du Schmerzen? Ja. Wie geht es dir? Hey, wie geht es dir? Gut. Was machst du hier? Mich entschuldigen. Ja, aber mobbt mich nicht mehr. Okay? Yo, Bro. Wir können doch gleich Freunde sein. Okay, Kumpel. alles. Nichts. stink. Nein, ja. T art. Varst du mich? Höschlesser. Vielen Dank.